Liebe YouTube-Freunde, ich bin unterwegs nach Milano. Hier ein kurzer Zwischenstopp in Domadosola. Ich glaube, bei unserem Zug ist die Lok weg. Da kommt eine italienische Lok an. Da hinten kommt unsere italienische Lok angefahren. Die werden dann mit dem Schweizer Zug gekoppelt. Ich muss schauen, dass ich wieder hineinkomme. Ich fahre sofort an den Zug ab. Sollten wir das Ticket wechseln können, ist ein bisschen schwierig hier in Milano. Wir sind dann schon lange unterwegs. Bereits halb vier. Wir hatten Schwierigkeiten, ein B&B-Hotel zu finden. Und war niemand da. Und ich zehre euch dann noch mehr darüber. Und jetzt müssen wir noch warten für Tickets. Und endlich da in die Expo zurück. Das war einmal falsch. Wir sind in der falschen Linie angestanden, um unsere Tickets zu kriegen. Endlich geschafft. Viertel vor vier sind wir in Milano an der Expo angekommen. Das war wirklich eine lange Geschichte. Aber jetzt sind wir wieder auf. Ja. 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 Ja.